Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne Die Pies sogar ein Trompete auf der Kaffeekanne Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie Hallo, ruck sie, ruck sie, ruck sie, ruck sie, ruck sie, ruck sie Dann kam sie in den Schwarzwald und was war denn da? Da sprach ein Obertauf, kein Stuhplomben auch Du bist genau die richtige Frau, trägst mir die Kartoffeln für die Tagesschau Da flog sie, oh, verdammt, auf dem Welsenstiel davon Badeaus, übers Haus, dreimal um und hoch hinaus Da flog sie, oh, verdammt, auf dem Welsenstiel davon Badeaus, übers Haus, dreimal um und hoch hinaus Sie kam nach Wanneeikel und was war denn da? Der kleine Hansi Heinemann, der einsam war Er sprach zu ihr, ich flieg mit dir Nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von ihr Flogen sie, oh, verdammt, auf dem Welsenstiel davon Badeaus, übers Haus, dreimal um und hoch hinaus Blumen sie, oh, verdammt, auf dem Welsenstiel davon Badeaus, übers Haus, dreimal um und hoch hinaus La 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 la